Heute habe ich euch ein besonders schönes Thema mitgebracht. Es lautet die unabhängige Liebe Gottes. Wir wollen uns einmal etwas, das Wesen der Liebe Gottes anschauen. Und zwar nehmen wir dazu ein Wort aus Psephania 3, Vers 17. Für diejenigen, die in der Bibel noch nicht so zu Hause sind, Psephania ist einer der sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Und er schreibt, der Herr, dein Gott, freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Was heißt es? Gott schweigt in seiner Liebe. Es meint, dass er in seiner Liebe ruht und dass diese konstant und keiner Schwankung unterworfen ist. Gott ruht in seiner Liebe. Die Liebe der Menschen ist wie eine flackernde Flamme und unruhig und nervös. Niemand kann sagen, wann sie ausgeht. Heute mag jemand noch dein bester Freund sein, aber morgen läuft ihm irgendeine Laus über die Leber und schon ist es mit der Freundschaft aus und vorbei. Auch Ehepartner leiden unter der Wechselhaftigkeit ihrer gegenseitigen Liebe. Aber wie kommt es, dass das bei Gott nicht so ist? Ist er nicht auch oft von uns enttäuscht, so dass er seine Liebe doch besser noch einmal überdenken sollte? Dass Gott das nicht tut, hängt damit zusammen, dass seine Liebe zu uns unabhängig davon ist, wie wir sind. Was ich damit sagen will, zeigt uns das Gespräch zwischen einer Frau und ihrem Mann. Sie fragt ihn, Schatz, warum liebst du mich eigentlich? Der Mann antwortet, weil du so schön bist. Die Frau weiter, und warum liebst du mich noch? Weil du so gut kochen kannst und weil ich mit dir so viel unternehmen kann. Darauf antwortet die Frau ganz ernst. Das heißt, wenn die Vorzüge, die du erwähnt hast, wegen derer du mich liebst, eines Tages wegfallen, ich also nicht mehr so schön bin, ich nicht mehr so gut kochen kann. Und du nicht mehr so viel mit mir unternehmen kannst. Dann fällt auch deine Liebe weg. Der Mann war verlegen. Aber er hatte sehr gut verstanden, worum es seiner Frau ging. Sie hatte die Frage nach dem wahren Grund seiner Liebe aufgeworfen. Lieben wir einen Menschen um seiner Selbstwillen oder um des Nutzenswillen, den uns der andere bringt? Wenn es um den Nutzen geht, schwankt unsere Liebe in dem Maße, wie der Nutzen zu oder abnimmt. Ist sie schön, liebe ich sie. Wird sie alt, hört meine Liebe auf. Ist sie sportlich, dann liebe ich sie, dann mag ich sie. Aber geht sie an Krücken, sieht die Sache anders aus. Verblühen die Reize, verblüht auch die Liebe. Und genau das kommt in Gottes Liebe nicht vor. Denn er hat uns nie wegen unserer Vorzüge, wegen unserer Schönheit und Attraktivität geliebt. Nicht wegen unserer Liebenswürdigkeit waren wir doch hässliche Sünder. Sondern er liebt uns, weil er sich in der Ewigkeit völlig unabhängig von unserer Art einmal für uns entschieden hat. Und diese Entscheidung, uns zu lieben, die bleibt. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Römer 11, Vers 29 Jesu Liebe zu den Seinen bleibt immer dieselbe, konstant. Auch wenn diejenigen, die er liebt, sich ändern. Deswegen sagt unser Text, Gott ruht in seiner Liebe. Nichts kann seine Liebe erschüttern. Keine Veränderung sie enttäuschen. Deshalb, lieber Christ, liebes Gotteskind. Wenn der Herr so in seiner Liebe zu dir ruht, dann komm doch auch du in dieser seiner Liebe zur Ruhe. Genieße sie und schau, wie sie dich dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher macht. Freue dich über seine Liebe. Er hat einmal gesagt, von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Und wenn er das getan hat, wird er dich auch bis in alle Ewigkeit weiter lieben. Die Liebe Gottes, deines Heilandes, ist es, in der du geborgen bist. Halleluja. Gott segne dich. Tschüss. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.